Und die ganze Zeit, diese verlangsamen der Dinger, die gehen einem auch so tierisch auf die Nerven. Ploff. Nein. Und gleich nochmal. So. Auf euch werden. Schießen, 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 schießen. Wow, 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 wow. Das wäre beinahe ziemlich schief gegangen. Nein, ich habe vergessen, umzuschalten. Sobald die Dinger erledigt sind, kann ich da um... Ach, scheiße, Beam vergessen. Das ging doch gar nicht schlecht. Wow. Ist nur das da noch? Nein. Ach, was treibe ich denn? So. Na, doch, es hat eins getroffen. Nöööööö. Das ist halt aber... Nein. Das ist aber auch ein bisschen... Och, was treib ich denn? So, jetzt. Kann es nach hinten wieder? Ja, so ungefähr. Wenn ich die aber nicht rechtzeitig einsammle, dann bin ich auch tot. So, wieder ganz nach hinten. Eins und... Reicht es bis dahin vielleicht, um den Beam aufzuladen? Weil ich meine, mit dem Beam könnte ich die Dinger töten, aber das wäre ein bisschen auch knapp, würde ich zugeben. Ja, die dürfen einfach nur nicht reinkommen, aber ich weiß jetzt natürlich, wie ich das verhindern soll. Nein. Da, nein. Hallo, Boss. Nein, doch. Hallo, Boss. Was zum Teufel? Was? Option Green. Hä? Wow. Ich kann mir aussuchen, wie ich den Gegner bekämpfen muss. Ach, er scannt mich. Dann kann ich... Eine Option Green. Und jetzt hat er wahrscheinlich irgendwie Grün. Jetzt teilt er sich auf. Okay, er scannt mich wieder. Dann mach ich mal Rot. Option Red. Okay, jetzt schießt er Streu. Das ist sehr interessant. Und Streu scheint irgendwie das Einfachste zu sein. Weil da hat er tatsächlich ein Muster drin. Und ich hab halt maximalen Streu, also... Ich weiß jetzt nicht wirklich, was er da jetzt tun will. Ah, der Boss ist zwar witzig, aber... Nein, er scannt mich nochmal, fuck. Scanning Dörf. Okay. Hat er jetzt keine Option, oder hat er... Na gut, er hat wieder die Option. Wie oft muss ich das machen? Dreimal, oder was? Kann ich den Boss dreimal besiegen? Haha, hier unten erwischt er mich irgendwie gerade gar nicht. Na, jetzt... Jetzt hat er mich schon. Schade. Der Boss ist ziemlich witzig. Vor allem, weil er... Ja, ich kann das nicht wirklich darauf achten. Aber es sieht wirklich so aus, als würde er... Irgendwie die ganze Zeit bloß... Dann durch die Ecke rum... Ja, das war jetzt nicht wirklich schwer mit dem... Mit dem Dingens hier. Mit dem Streu... Mit dem Streuschuss. Äh... Duff inside? Warte, bin ich jetzt in dem anderen Duff? Kann ich das jetzt so verstehen? Duff inside? Wow! Nein, fuck! Okay, das Level ist... Ja, das Level ist ein Level. Das ist mir bisher noch nicht ganz gefällt, weil ziemlich viele Gegner da auf mich warten. Also ganze Gegner Massen. So, jetzt kommt ihr wieder. Die fliegt um mich rum, auch wenn ihr ziemlich seltsames Muster habt. Gut, also mit dem Beam bringt es hier über... Was? Na toll. Gut, da für ein Zeit, hallo. So, na gut, von mir aus. Euch habe ich jetzt noch nicht so ganz durchschaut. Vielleicht muss ich dabei einfach auch bloß den Beam aufladen. Wohl, wann zähle ich das denn? Na, obwohl, wenn die hochkommen, vielleicht. Da kann ich dann wenigstens ein paar ausknocken. Die kommen halt ziemlich scheiße. Das muss man schon zugeben. So, gleich. Wow. So. Hier ist halt jetzt nicht wirklich das Problem, wenn ihr nicht extrem schlimm schießt. Sind die... Ja, da kommen halt so viele. Man kann nicht wirklich ausweichen. Hm, nein. Weiterhin schießen. Genau, genau, genau. Und jetzt aufladen. Jetzt da hin, dann kann ich mich hier ein bisschen verstecken und jetzt sind die da weg. Sehr schön. Das hat irgendwie Funktion. Ach du Scheiße. Oh, und immer noch kein Checkpoint. Och, das gibt's doch nicht. Ist doch unfair. Das war wieder ziemlich dämlich. Ach, Mann. Obwohl, die sind eigentlich auch nicht weiter schlimm, wenn man die am Leben lässt. Oh, genauso sehr kann man sie eigentlich töten, von dem her. Kann mir ja nur zugute kommen. Obwohl ich dann hier gleich schießen könnte. Ja, ist jetzt aber nicht zu wichtig. So, jetzt hier. Genau, 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 genau. Oh, jetzt wäre ich beinahe schon wieder draufgegangen, weil ich wussten musste. Boah. Nein, 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 nein. Und tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass ich... ...in dem großen Duff drin bin. Oder in irgendwas drin. Was ich jetzt aber noch nicht ganz weiß. Ja, gut, nur. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, die Position ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Wieso habe ich die denn nie gewählt? Ich meine, es ist zwar ein bisschen gefährlich wegen den Schüssen und man muss versuchen, ein bisschen hier auszuweichen, aber es wunscht. Eigentlich kein Problem. Oh, nein, nein, nein. Gut. Ja, hier. Eins kommt halt vorbei und... ...naja. Ich zeig da einfach nichts dazu. Ja. Ich hätte eigentlich auch gern mal so einen Checkpoint. Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Also... Ja. Oh ja, jetzt fangen sie aber an zu schießen. Obwohl, das bringt ja jetzt nicht wirklich viel, wenn ich hier hinten bin. Obwohl schießen eigentlich genauso wenig bringt, ja. So, hier wieder die da. Gucken, dass man richtig ausweicht und dann passt die Sache. So, also muss ich hier mal nicht huschen. Das heißt, ich kann hier auch mal ein bisschen gegen die Wand fliegen. Ach. Was, wenn es da hinten ein Checkpoint wäre, aber nee, man muss immer wieder das ganze Zeug machen. Ich weiß zwar nicht, wieso ich jetzt die ganze Zeit den Laser aufgeladen habe. Aber in irgendeiner Sicht gab es wahrscheinlich schon. Oder auch nicht. So, 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 so. Boah, wie sch... So viel haben die ja noch nie geschossen, das ist ja. Schlimm. So, jetzt wieder nicht so viel schießen, vielen Dank. Ach so, der Laser war eigentlich unnötig. Aber egal. So, dann lade ich jetzt meinen... Ach nee, jetzt kommt erst mal das da. Oh, das kann böse enden. Ja. Gut, das darf ich nicht tun. Wow. Das kann ich erst nach... einem gewissen... Och, Mann. Was treibe ich denn? Was? Das war ziemlich dämlich, aber egal.